Musik So ist das. Guten Morgen, im Namen des Freiheitlichen Parlamentsklubs darf ich Sie herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz begrüßen. Unser Wehrsprecher Dr. Reinhard Bösch wird Ihnen einiges über die Missstände des österreichischen Bundesheers erklären und auch dazu Lösungsansätze bieten, wie man das einigermaßen reparieren könnte in kürzester Zeit. Ich bitte um das Wort. Ich danke sehr, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Pressekonferenz. Wir erleben in diesen Tagen eine Teilmobilmachung eines großen Staates, der russischen Föderation. Wir erleben einen Krieg eigentlich mitten in Europa und was tut die Republik Österreich dagegen oder für ihre Verteidigungsfähigkeit? Ich kann die Antwort kurz machen, sie tut nichts. Diese Bundesregierung und die Ministerin für Landesverteidigung schlafen. Vollmundige Versprechungen der Bundesministerin und ihre Beteuerungen, die sie auch vom Bundeskanzler untermauert hat lassen, haben keine Bewegung gebracht in der Umsetzung und obwohl die ÖVP den Bundeskanzler, die Verteidigungsministerin und den Finanzminister stellt, haben alle Ankündigungen in Bezug auf die budgetäre Erholung des österreichischen Bundesheeres bis jetzt nicht gefruchtet. Wir haben damals am 25.2. dieses Jahres im Nationalen Sicherheitsrat einen einstimmigen Beschluss herbeiführen können, der auf unsere freiheitliche Initiative hin eingebracht worden ist, der zum Ziel gehabt hat, die umfassende Landesverteidigung der Republik Österreich wieder mit Leben zu erfüllen, weil diese Prinzipien, die da drinnen festgeschrieben waren, die auch in unserer Verfassung stehen, in den Jahren, die hinter uns liegen, eingeschlafen waren. Alle im Nationalen vertretenen Parteien haben damals zugestimmt, diese umfassende Landesverteidigung wieder mit Leben zu erfüllen. Leider ist bis dato nichts passiert. Kein einziges Ressort ist unseres Wissens diesbezüglich tätig geworden und um dies im Detail zu überprüfen, haben wir dazu auch eine parlamentarische Anfrage eingebracht, vor kurzem an alle Ressorts gerichtet, die anfragt, in welche Richtung hin diese Maßnahmen gesetzt worden sind, wie die umfassende Landesverteidigung im Wesentlichen wieder modern gemacht werden kann und wie sie auch für die Zukunft hergerichtet wird. Die angekündigten Erhöhungen des Regelbudgets, Sie erinnern sich an die Aussagen der Bundesministerin und auch des Bundeskanzlers in Richtung 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes haben bislang überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Die Bundesregierung ignoriert den katastrophalen Zustand und die dramatische Unterfinanzierung des österreichischen Bundesheeres. Auch wenn die ÖVP gerne ins Treffen führt, dass wir jetzt das höchste Budget hätten, trifft das im Wesentlichen nicht die Realität, in der sich das Bundesheer bewegt und in der Lage wäre, die von der Bundesverfassung vorgegebene Aufgabe, nämlich die militärische Landesverteidigung auch nur in Ansätzen, erfüllen zu können. Diese problematische finanzielle Situation hat zum einen im Generalstab in seiner Broschüre Effektive Landesverteidigung ein Appell der damalige Generalstabschef General Brieger schon festgehalten, aber auch in dem Bericht unserer Höhe 2030 vom späteren Bundesverteidigungsminister haben das klar dargestellt, in welcher Form das österreichische Bundesheer unterfinanziert ist und welche finanziellen Mittel notwendig wären, um es überhaupt in einen Stand zu versetzen, dass es seinen Aufgaben nachkommen könnte. Die Verteidigungsministerin hat vollmundig von einem Prozent des BIP als Erhöhung für dieses Jahr gesprochen und dann sukzessive auf die Erhöhung von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und dann auch in weiterer Folge von einer Finanzierung über in etwa fünf Jahre klar abgestuft und einem klaren Finanzierungsplan, die für die Investitionen im österreichischen Bundesheer ausgegeben werden könnten und ausgegeben werden müssten, um überhaupt den Stand, der notwendig ist, zu erreichen. Diese notwendigen Investitionen, die wir im Bereich vor allem der schweren Waffen, aber auch in anderen Bereichen, ich gehe im Detail noch darauf ein, haben bislang überhaupt keinen Niederschlag gefunden im Bundesbudget. Wir haben sogar im neuen zu beschließenden Bundesfinanzrahmengesetz von 22 bis 25 überhaupt keine Erhöhung feststellen können. Es ist bislang ausschließlich an den Ankündigungen der Bundesministerin hängen geblieben, aber wir sehen überhaupt keine Bewegung in diese Richtung. Wir haben auch die Befürchtung, dass wenn mehr Geld jetzt kommen könnte, wenn sich die Koalitionsparteien einigen auf einen Weg, dass hier Summen genannt werden, in die wieder Dinge hineingepackt werden, die den Investitionsanteil und die Investitionsmöglichkeit für das österreichische Bundesheer dramatisch einschränken, wenn zum Beispiel auch die Pensionen, die Pensionsleistungen für die pensionierten Soldaten mit eingerechnet werden sollten. Das halten wir für möglich und wir befürchten, dass hier wieder ein Potemkinsches Dorf in Bezug auf die militärische Landesverteidigung aufgebaut wird. Es geht auch in den Bereich der Kasernenautarkie. Die Kasernenautarkie, die wir sehr begrüßen. Wir haben während der Zeit des Ministers Mario Kunasek das massiv gefordert, dass die österreichischen Kasernen wieder in die Lage versetzt werden, über einen bestimmten Zeitraum autark zu agieren und autark zu funktionieren in der Verpflegung, in der Versorgung. Das scheint jetzt aber in die Richtung zu gehen, dass man ausschließlich Photovoltaikanlagen über die Kasernendächer spannen will, ohne das vernünftig durchzudenken, in welcher Form das sich auch finanziell wirklich rentiert, in welcher Form auch hier der Strom, der produziert wird, dann in das öffentliche Netz eingespeist werden kann. Wir fürchten, dass hier von Seiten der Grünen Partei Dinge gefordert werden, die wenig mit militärischer Aktionsfähigkeit zu tun haben, sondern einfach ihrem grünen Zeitgeist geschuldet sind und deshalb eine Themaverfehlung zum Ziel haben. In der Miliz haben wir einen massiven Fehlstand an Personal. Die Milizstruktur ist ja, ich darf nur die Regierung daran erinnern, eigentlich auch in der Verfassung festgehalten, neben der Aufgabe des Bundesheeres die Landesverteidigung zu übernehmen, ist auch festgehalten, dass das österreichische Bundesheer mit dem Milizprinzip aufgebaut werden kann. Durch die verantwortungsvolle Verkürzung des Grundwehrdienstes auf sechs Monate, als damals untaugliches Wahlzucker des ÖVP-Ministers Günter Platter, hat man dem Bundesheer, aber auch der Republik Österreich, nachhaltig geschadet. Nur die Miliz ermöglicht ein Aufwachsen des Heeres auf die notwendige Einsatzstärke, die wir derzeit bei 55.000 Mann angesiedelt haben. Aber die chronische Unterdotierung brachte dazu noch einen schweren Mangel an Ausrüstung und Ausstattung. Der Wegfall der Übungspflicht und die reduzierten Ausbildungskapazitäten führten zu Personalknappheit in der Miliz. Dies alles wirkte sich negativ aus auf die Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft der Miliz, so die Erkenntnis der Ressortführung von 2019. Die Milizverbände und Einheiten weisen einen dramatischen Fellbestand an Personal und Material auf, der umgehend beseitigt werden muss. Derselbe Mischstand tritt uns entgegen in der sogenannten Zentralstellenreform. Wir haben hier ein türkises Mustermodell der Umgliederung der Spitzenfunktionen im österreichischen Bundesheer. Wir haben damals, als diese Idee geäußert wurde, schon klar gesagt, dass es sich vermutigt dabei nur um eine große Umfärbungsaktion aus der türkisen Seite handelt und dass es dabei nicht darum geht, die Schlagkraft des österreichischen Bundesheeres zu erhöhen durch eine klare militärische Struktur, sondern dass hier durch dieses Durchmischen und durch dieses Neuausschreiben der verschiedenen Dienstposten nur der eigenen Partei genützt werden soll. Wir haben leider Gottes jetzt ein Stocken dieser Reform. Die Bundesregierung befindet sich hier mit dem BMQs scheinbar in einer Streitsituation. Die beiden Regierungsparteien kommen hier auf keinen Nenner. Es wird hier auf Kosten des österreichischen Bundesheeres keine klare Situation herbeigeführt. Sie müssen wissen, dass es jetzt eine vollkommene Unsicherheit gibt in der Führungsstruktur des österreichischen Bundesheeres. Niemand weiß genau, wem er unterstellt ist. Niemand weiß genau, für wen er was unterzeichnen kann und darf und wie die Struktur weitergeht. Und wir haben deshalb schon vor geraumer Zeit den Antrag dazu eingebracht, dass die Bundesregierung in Anbetracht des Krieges in Europa aufgefordert ist, die laufende Heeresreform und die damit einhergehende Zerstörung der militärischen Landesverteidigung sofort zu stoppen. Und das österreichische Bundesheer in Struktur und Budgetierung auf die aktuelle Situation endlich auszurichten. Ein wesentlicher Bestandteil auch der Notwendigkeiten ist der Personalnotstand. Vor allem bei den Berufssoldaten, nicht nur bei der Miliz, sondern auch bei den Berufssoldaten. Das Bundesheer ist im Vergleich zu den zivilen Arbeitsangeboten nicht mehr konkurrenzfähig. Die Gehälter sind einfach zu gering. Zum einen selbst innerhalb des Bundesdienstes, also Polizeibeamte verdienen, um nur ein Beispiel zu nennen, mit ihren Zulagen in etwa 700 Euro brutto mehr, als es einem österreichischen Unteroffizier im Bundesheer gelingt, zu verdienen. Zum anderen in zivilen Bereichen und vieles mehr. Wir haben Verbände beim Bundesheer, die nur mehr zu 50 Prozent befüllt sind, also mit Berufssoldaten jetzt. Nur mehr zu 50 Prozent befüllt sind. Jedes Jahr verlieren wir bei den Unteroffizieren 100 bis 150 gut ausgebildete junge Männer, Soldaten und bei 200 bis 300 Soldaten, die wir jährlich als neue Unteroffiziere aus der Heeresunteroffiziersakademie dazubekommen, geht uns in etwa, wenn wir die Zahlen ernst nehmen, jedes Jahr die Hälfte verloren. Das österreichische Bundesheer hat von den gut ausgebildeten Unteroffizieren keine Nutzungsphase mehr für sich zu lukrieren. Der Grund für diese Austritte und für diesen Wechsel in andere Ressorts ist zum einen die Frustration, weil entweder zu wenig verdient wird, das habe ich dargelegt, aber auch, weil man nicht mehr den angestammten, ausgewählten Beruf des Soldaten ausüben kann. Wir erleben das auch bei unseren Truppenbesuchen, eine tiefe Unzufriedenheit herrscht bei uns im Berufskader, weil man nicht mehr in seiner Waffengattung wirklich üben kann, weil man nicht mehr ausgebildet wird, weil wenn man sich zum Gebirgsjäger meldet, man, wenn es gut geht, vielleicht nur die schneebedeckten Berge anschauen kann, aber nicht mehr die Zeit da ist, dass man wirklich eine Gebirgsausbildung als Soldat macht, weil wir das österreichische Bundesheer, weil die Bundesregierung das österreichische Bundesheer mit zivilen Aufgaben überfrachtet hat, die nicht zu den Aufgaben einer Streitkraft gehören. Das hat vor allem einen Höhepunkt erreicht im Rahmen der Pandemie. Das geht aber auch weiter im Bereich der Botschaftsbewachung, aber auch in Bezug auf die Bewachung der Außengrenze, die einen Missbrauch der österreichischen Soldaten darstellt. Das österreichische Bundesheer ist jederzeit in der Lage für, in diesem Fall Innenministerium, einen Assistenzeinsatz durchzuführen. Der Assistenzeinsatz muss einen klaren Auftrag zugrunde haben, aber er ist zeitlich begrenzt. Und jetzt stehen wir an dieser Grenze schon seit Jahrzehnten herum und wir machen dort eigentlich nur einen Durchwinkdienst für Leute, die an dieser Grenze ankommen und das können wir nicht länger dulden. Die problematische Situation im Personalbereich fällt in der Gesamtsumme nicht so auf, weil die Befehlsspitzen, die Stäbe befüllt sind, aber bei den unteren Diensträngen ist sie dramatisch. Wir schlagen deshalb folgende Lösungsansätze vor. Wir haben dazu schon Anträge eingebracht, die wir im Landesverteidigungsausschuss auch behandelt haben. Sie wurden von den Regierungsparteien vertagt, teilweise mit der Ankündigung, diese Schritte selbst zu setzen. Da das aber nicht der Fall ist, müssen wir das wieder bekräftigen. Wir haben den Antrag eingebracht. Die Bundesregierung wird aufgefordert, zum Schutz des Landes und seiner Bürger ein Sonderinvestitionspaket von einer Milliarde Euro noch im Jahre 2022 für das österreichische Bundesheer zur Verfügung zu stellen, sowie ab dem Jahre 2023 das jährliche Regelbudget, die Untergruppe 14 militärische Angelegenheiten mindestens auf ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes anzuheben. Dazu die Sonderinvestitionen. Wir haben auch die Planungssicherheit zum Thema gemacht. Wir haben den Vorschlag gemacht, ein Streitkräfteentwicklungsgesetz zu beschließen. Das Bundesheer als die bewaffnete Macht der Republik bedarf zum Zweck der Wiederherstellung der Fähigkeit der militärischen Landesverteidigung eine langfristige finanzielle Planungssicherheit. Und diese Planungssicherheit kann es unseres Erachtens nur geben, wenn das Budget in entsprechendem Umfang für mehrere Jahre über Gesetzgebungsperioden hinweg und Regierungswechsel hinaus gesichert ist. Diese Sicherheit soll mit einer Verfassungsbestimmung Rechnung getragen werden. Damit sind Änderungen bei der Budgethöhe für die militärischen Angelegenheiten nur mit einer Zweidrittelmehrheit und somit allein durch die Regierungsparteien wenig wahrscheinlich. Eine langfristige budgetäre Sicherheit sorgt dafür, dass das Bundesheer seinen verfassungsmäßigen Auftrag, die militärische Landesverteidigung und damit die Sicherheit unserer ganzen Republik wieder erfüllen kann. Ein Vorschlag von uns in Form eines Antrages für ein diesbezügliches Gesetz liegt im Landesverteidigungsausschuss. Das Angebot darüber zu sprechen, hat die ÖVP uns gegenüber, im Wesentlichen nicht nur uns Freiheitlichen, sondern allen Oppositionsparteien gegenüber abgelehnt. Für spezielle Sonderinvestitionen müsste es natürlich Sonderpakete geben, mit denen man das bedeckt. Zu den Personalmaßnahmen. Das Bundesheer muss wieder ein attraktiver und konkurrenzfähiger Arbeitgeber werden. Wir fordern daher eine Erhöhung des Grundeinkommens, damit vor allem der junge Unteroffizier und Offizier nicht in einen anderen Beruf wechselt, sondern dem österreichischen Bundesheer mit seinen Fähigkeiten und seiner Jugend, seiner Kraft erhalten bleibt. Wir wollen die Anerkennung des Unteroffiziers als einen Beruf und wir wollen auch die Anerkennung der akademischen Ausbildung und die gleiche Bezahlung für Akademiker wie im restlichen Bundesdienst. Es ist nicht zu akzeptieren, dass Offiziere im Rahmen der Militärakademie oder auch im Rahmen der Landesverteidigungsakademie akademische Studien absolvieren, die dann nicht dementsprechend honoriert werden. Wir verlangen die Wiedereinführung der acht Monate Grundwehrdienst, also sechs plus zwei. Auch dieser Antrag liegt im Ausschuss, wird im Wesentlichen nicht nur von der Offiziersgesellschaft, sondern auch von den anderen Oppositionsparteien im Wesentlichen mitgetragen, weil uns klar sein muss, dass für eine mobil zu machende Miliz es unabdingbar ist, wieder verpflichtende Waffenübungen einzuführen. Diese Maßnahme ist umgehend umzusetzen, weil niemand weiß, ob wir in etwa diese 3000 Mann, die genannt worden sind, für ein rasches Eingreifen von der Bundesregierung, sondern wie rasch wir alle Soldaten einmal brauchen werden. Die Bundesregierung ist aufgefordert, diese Schritte im Sinne des Schutzes unseres Staates und seiner Bevölkerung unverzüglich zu setzen. Der wesentlichste Schritt dazu ist durch die Änderung des Wehrgesetzes die Wiedereinführung der acht Monate Grundwehrdienst mit dem bewährten Modell 6 plus 2 wieder einzuführen. Nur so bekommt das österreichische Bundeswehr wieder die notwendigen Kräfte für die Miliz, die Möglichkeit diese auszubilden und gemeinsam zu üben und sich damit auf die verfassungsrechtlich vorgegebene Aufgabe der militärischen Landesverteidigung vorzubereiten. Es würde auch damit endlich der laufend praktizierte Verfassungsbruch, nämlich das österreichische Bundesheer, nicht nach dem Milizprinzip aufzustellen, abgestellt werden. Die Neugestaltung der Assistenzeinsätze. Ich habe darüber schon gesprochen, dass gerade im Katastrophenfall, also im Rahmen auch der Pandemie, nicht nur im Katastrophenfall, bei dem das Bundesheer selbstverständlich gerade mit seinen Pionierkräften, aber auch mit seiner Mannstärke jederzeit bereit ist, einen Assistenzeinsatz zu leisten, sondern vor allem auch die Einsätze während der Covid-Krise, die sehr umstritten waren und die dazu geführt haben, dass große Teile des österreichischen Bundesheeres mit ihrer Aufgabe sehr unzufrieden waren, weil die Soldaten zu vollkommen fremden Tätigkeiten herangezogen worden sind, die mit dem Beruf des Soldaten überhaupt nichts zu tun hatten. Wir haben auch diesen Grenzschutz, von dem ich schon gesprochen habe, den ich als einen Missbrauch des österreichischen Bundesheeres mittlerweile bezeichnen muss. Wir fordern auch, dass keine Grundwehrdiener mehr im Grenzschutz eingesetzt werden. Wir haben ja verschiedene dramatische Vorfälle erlebt an der Grenze mit Schleppern, die auch darauf hinweisen, dass österreichische Grundwehrdiener, die im Wesentlichen nur eine verstärkte Grundausbildung haben und dort eingesetzt werden, einem erheblichen Risiko ausgesetzt sind. Solange der Schutz der östlichen Außengrenze nur ein Willkommensservice darstellt, das heißt nur ein Durchwinken derjenigen, die dort ankommen und solange es uns nicht gelingt, die Grenze wirklich zu schließen, solange können wir das österreichische Bundesheer nicht mehr in diesem Grenzeinsatz tätig lassen werden. Auch die Maßnahmen von Seiten der Bundesregierung, nämlich mit dem Prinzip 6 plus 3, das heißt also nach den sechs Monaten Grundwehrdienst, kann man sich für drei Monate verpflichten, um dann an die Grenze zu gehen, hat nicht jene Auswirkung gehabt, die sich die Regierung erhofft hat. Es gibt hier zu wenig Freiwillige, sodass nach wie vor Grundwehrdiener eingesetzt werden müssen, um diesen Dienst an der Grenze zu leisten. Aber ich sage ganz deutlich, dieser Dienst hat erst dann wirklich einen Sinn für das österreichische Bundesheer, wenn wir uns entschließen, die Außengrenze zu schließen und wenn das auch im Konzert mit den anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union vor allem in Richtung des Balkanraumes geschieht und wir wirklich verhindern, dass hier illegale Grenzübertritte stattfinden. Zur Zentralstellenreform, ich habe sie angesprochen, hier fordern wir die Regierung auf, Klarheit zu schaffen und diese Ausschreibungen aller dieser Positionen, die dort vorgesehen sind, entweder rasch zu machen oder das Ganze abzublasen und wieder zur bewährten ehemaligen Struktur zurückzukehren. Ich hoffe, dass hier die Bundesregierung endlich tätig werden wird. Die Überarbeitung der österreichischen Sicherheitsstrategie, das ist im Wesentlichen das Papier, auf dem die gesamte Arbeit im Sicherheitsbereich, vor allem im militärischen Bereich liegt, neu zu überarbeiten und der Situation in Europa anzupassen. Diesen Antrag haben wir auch eingebracht. Der Ukraine-Krieg hat Europa komplett überrascht. Alle EU-Staaten hätten eine derartige Entwicklung im 21. Jahrhundert hier bei uns in Europa nicht mehr für möglich gehalten. In der Ukraine führen Streitkräfte mit starken Panzerverbänden und anderen schweren Waffensystemen mit massiver Luftunterstützung einen konventionellen Krieg. Und der 24. Februar 2022 hat einen europäischen Epochenwechsel eingeleitet, dessen Konsequenz eine wesentliche verbesserte Verteidigungsfähigkeit Europas sein muss. Und darauf müssen wir mit der Überarbeitung unserer Sicherheitsstrategie, die jetzt mittlerweile so zehn Jahre alt ist, reagieren. Wir haben den Antrag eingebracht, die Bundesregierung wird in Anbetracht des Krieges in Europa aufgefordert, schnellstmöglich die Sicherheitsstrategie aus 2013 unter Einbeziehung aller im Hauptausschuss des Nationalrates vertretenen Parteien zu überarbeiten. Die ÖVP und diese Bundesregierung hält das nicht für notwendig. Diese Anträge, die wir eingebracht haben, sind vertagt worden. Unser Gesprächsangebot wurde abgelehnt. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die Bundesministerin Tanner ist mit allen ihren Ankündigungen in einer Sackgasse gelandet. Was sie gesagt hat, entwickelt sich zu einem dramatischen Rohrkrepierer. Und das Bundesheer und die gesamte Republik leiden darunter. Es zeichnet sich ab, dass die Frau Tanner hier ihr kleines Waterloo erleben wird. Die Uneinigkeit der Koalitionsparteien hat zur Folge, dass scheinbar hier nichts mehr weitergeht. Und wenn, wird diskutiert über grüne Unsinnigkeiten. Bekräftigt wurden diese Ankündigungen, das österreichische Bundesheer wieder in den Stand, wie es notwendig wäre, zu versetzen, auch vom Bundeskanzler. Nehammer müsste eigentlich als Offizier wissen, was notwendig ist. Aber Karl Nehammer reitet mit dieser Bundesregierung. Die ganze Republik ist Zeuge, ein totes Pferd. Nur, er weiß es noch nicht. Aber wenn er abzusteigen haben wird, das wird ihm dann die Frau Mikkel-Leitner schon rechtzeitig sagen. Bis dahin sind wir als Opposition aufgefordert und es ist unsere Verpflichtung, in diesem Bereich der Sicherheit unserer Republik die notwendigen Dinge zu verlangen und darauf zu bestehen. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke für diese sehr detailreichen Ausführungen. Sie haben nun die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte warten Sie auf das Mikrofon und nennen Sie Name und Medium für unsere Online-Zuseher. Ich sehe keine Fragen. Dann sage ich danke für Ihr zahlreiches Erscheinen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. SWISS TXT